Ein Notfall im Jemen. In der Nähe unseres Krankenhauses kam es zu einer gewaltigen Explosion. Menschen starben, viele sind schwer verletzt. Teams von Ärzte ohne Grenzen beginnen sofort mit lebensrettenden Maßnahmen. Aber was wäre, wenn hier kein funktionsfähiges Krankenhaus stehen würde? Mit geschultem Personal, einem Operationssaal und wichtigen Medikamenten. Wo sollten diese Verwundeten lebenswichtige Hilfe finden? Unsere Idee? Ein Krankenhaus auf Rädern, eine chirurgische mobile Einheit auf die Achsen mehrerer Trucks verteilt. So können wir im Krieg verletzte Menschen operieren und in einem Überwachungsraum stabilisieren. Wo immer Menschen die Hilfe von Ärzten ohne Grenzen bräuchten, wir wären dort, sogar nahe der Front eines Krieges. In unserem Logistikzentrum in Brüssel entwickeln und bauen wir solche chirurgische Einheiten für den Einsatz in unseren Projektländern. Wir haben die vollen Kapazität, die alles, die alles, oder was notwendig ist, in der Trucks zu werden. Und wir werden schnell und effizient werden. Und wir werden können überall, wo wir müssen gehen. Und in der Fall von Sicherheit gehen, wir werden zurück und zurückkehren wieder zurück, ohne die Kapazität zu verlieren. Zum ersten Mal haben wir unseren mobilen Operationssaal in der Region um Mosul im Irak eingesetzt. So konnten wir nicht nur das Leben eines 15-jährigen Jungen retten. Auch zahlreiche andere Verwundete haben wir medizinisch versorgt. Um Menschen in extremen Situationen helfen zu können, braucht es innovative Ideen und ihre Spende. Bitte unterstützen Sie jetzt unsere Nothilfe in rund 70 Ländern weltweit. Vielen Dank!